Hallihallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum Roadmap Update November 2023. Eine Roadmap und die ist pickepacke voll, es gibt sehr viel zu erzählen, wir fangen direkt an. Es gibt erstens die, endlich die Erleuchtung, was uns RIVET Games baut, nämlich die Bernina-Line von Tirano nach Ospizio. Bernina, gebaut von RIVET Games und wird auch schon bald erscheinen. Und wir haben, es gibt eine neue Third Party, es gibt was Neues für die Arosa-Bahn, es gibt eine australische, australische, Entschuldigung, eine österreichische Lok, die bald gebaut wird, die bald kommen wird in sechs Monaten plus. Statt einer deutschen Lok, die mal ursprünglich drauf war, welche das sein könnte, da werden wir gleich mal ein bisschen darüber gemeinsam nachdenken. Aber erstmal würde ich sagen, gucken wir uns gemeinsam die Roadmap an. Es gibt auf jeden Fall einiges, worüber wir uns heute zusammen den Kopf zerbrechen werden. Und zwar fangen wir einfach mal an mit Blackpool Branches und zwar die Strecke, die von Just Trains gebaut wird. Und da können wir mal direkt reingucken hier. Das sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Die Strecke wird demnächst erscheinen und die werden wir uns natürlich auch zusammen angucken. Und ich, also so wie ich das von der britischen Community bisher mitbekommen habe, so an Feedback, ist das ungefähr so das Äquivalent zur Niddertalbahn im UK-Bereich. Also was so die Ausgestaltung der Bahnsteige und des Rands drumherum und die ganze Technik und so weiter und so fort angeht. Und scheint wohl tatsächlich die Just Trains Strecke ordentlich meinen rauszuhauen. Ja, also auf jeden Fall viel zu tun und wir werden uns die Strecke definitiv zusammen angucken. Denn ich glaube, selbst für Leute, die nicht so viel eigentlich mit UK am Hut haben, selbst die werden dann vielleicht ihren Spaß haben. Ja, wir haben da ein paar Screenshots, die uns noch gebracht werden. Hier in irgendwelchen besonderen Lackierungen. Wir werden jetzt nicht genau das Interview uns hier angucken. Das könnt ihr euch selbst gerne durchlesen. Link übrigens dazu in der Videobeschreibung. Ja, aber wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr schöne Screenshots. Eine ganze Reihe an Logs wird übrigens mitgeliefert. Also das sind, glaube ich, nicht alles Layer, sondern es gibt viele Logs, die vorher schon dabei waren, die dann auch mitgeliefert werden, tatsächlich auch geupdatet wurden. Das hier ist das einzige neue Fahrzeug. Ähm, und ja, ähm, es sieht auf jeden Fall, wenn man sich die Vegetation anguckt und die ganzen Details. Und hier seht ihr noch irgendwie, hier ist so ein, irgendwie so, so ein kleiner Kasten. Ich hoffe, ihr seht meine Maus. Beim letzten Mal konnte man meine Maus nicht sehen. Nein, ihr seht gar nicht meine Maus. Da unten rechts in der Ecke, da ist so ein Kasten, so ein gelber Kasten. Auf den kann man irgendwie anscheinend draufdrücken und dann vielleicht in irgendeiner Form anfordern, dass die Tür aufgeht. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das Ganze sogar funktional. Mal schauen. Ähm, ja, ansonsten, ihr seht es hier, es sieht wirklich grandios gut aus. Ne, hier, Blackpool North fährt dieser Zug. Ähm, nicht schlecht. Na, summen wir wieder ein bisschen ran. Ähm, ja, auch hier mit dem Nebel. Herrlich. Auch hier, ne. Wunderschön, da hinten übrigens ein Freizeitpark mit, ähm, Wagen hier auf diesem Rollercoaster, die sich auch bewegen, so wie ich das verstanden habe. Also da werden wir auch definitiv sehr interessante Szenerie sehen. Ähm, auch diese Signalboxes, teilweise werden die tatsächlich begehbar sein, ne. Also die, ähm, Stellwerke, die da rumstehen. Nicht alle, aber einige davon sind begehbar. Zwar, glaube ich, nicht funktional, aber immerhin trotzdem ausmoduliert. So, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Die Bernina Bahn. Von Hospizio Bernina nach Tirano. Und, ja, guckt euch das mal an. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab Rivet Games, das ist gar kein Vergleich zu Arosa. Das ist schon deutlich, deutlich besser. Auch hier, wie die Berge aussehen, das ist um einiges besser als, äh, da bei, ähm, Arosa. Das liegt darin, dass unter anderem jetzt leider Daten zur Verfügung standen und benutzt wurden. Das Einzige, was mir hier ein bisschen negativ auffällt, ist, dass diese Wolke anscheinend in diesen Berg da hineinragt. Aber ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt beeinflussen kann. Ähm, aber das wäre vielleicht so als kleines Feedback noch. An dieser Stelle dazu. Ja, hier links übrigens der Lago Bianco. Ähm, also ich glaube der Weiße See im Grunde genommen. Ähm, fang an bei einer Höhe von über 2253 Höhenmetern über dem Meeresspiegel. Und, ähm, es gibt Steigungen von bis zu 7 Prozent, was einfach unglaublich ist für eine Standard Adhesion Railway. Also, ne, keine, ähm, Zahnradbahn oder so, sondern es geht ja nur um Adhesion. Und da, also da muss man nochmal sagen, da hat Rivet Games, Rivet Games wirklich ihr Game abgesteppt. Ähm, dass hier die Berge so aussehen, das ist gar kein Vergleich zu Arosa. Ähm, auch interessant, dass die Einheitswagen wieder mitgeliefert werden. Ich hoffe mit überarbeitetem Sound. Und wir sehen hier schon den Zug, um den es hier gehen wird, der eigentliche Held. Und zwar, ja, gehen wir gleich drauf, aber ihr seht es hier schon, das ist der Allegra. Ähm, ja, übrigens Weltkulturerbe, ich glaube, die gesamte Strecke ist sogar Weltkulturerbe. Die Berliner Bahn selbst ist gar nicht Teil der RHB, ähm, Kernstrecken, sondern, ähm, ist, glaube ich, also steht da, glaube ich, außerhalb, ähm, dessen. Die RHB hat ja drei Netze, deren Kernstrecken, deren Kernnetz, Arosa und Benina. Und jetzt haben wir halt Arosa und Benina. Ähm, und das hier, ähm, ist, was ist das? Genau, das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Tirano. Und damit das erste Mal übrigens Italien im TSW. Hallo, ciao, Ila Italien. Freut mich sehr, dass, äh, endlich auch ein weiteres Land damit, auch wenn es nur wirklich ein paar Meterchen sind, aber endlich mal ein weiteres Land im TSW, ähm, Italien, herrlich. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Jetzt nicht, äh, Standard, ähm, beziehungsweise nicht, ähm, RHB-mäßig, sondern gerne noch italienische Züge so normal. Das ist auch wunderschön, aber mal gucken. Ähm, dann hier ganz wichtig, das Kreiskerb-Viadukt, ähm, auch, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe, ähm, also hammermäßig. Das sieht wirklich, wirklich schön aus, auch wie die ganze Szenerie hier drumherum ausgestaltet ist, die ganzen Details, die Vegetation zumindest vom Nahen sieht ganz gut aus. Die Bäume so ein bisschen in der Ferne, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie gut die aussehen, ehrlicherweise. Auch hier so ein bisschen komisch verwaschenen Texturen, aber das sieht, aber das ist halt erstens Work in Progress, zweitens ist das sehr weit weg. Ähm, drittens sieht das trotzdem hier zum Beispiel sehr, sehr gut aus. Also da, da so oben links, ach ja, ganz vergessen, ihr seht ja meine Maus nicht, ähm, das hätte ich vielleicht vorher einstellen sollen. Naja, auf jeden Fall, Kreiskerb-Viadukt, ähm, hat auf jeden Fall Einzug erhalten in den TSW, ganz, ganz berühmt. Vielleicht die berühmteste Stelle tatsächlich, äh, überhaupt auf der ganz gesamten Strecke. Und es sieht meines Erachtens sehr, sehr schön aus. Und das ist unser Held des Tages, der Allegra-Triebwagen. Und, ja, hier mit, ähm, Zugziel nach Tirano, ähm, 3504, Ferrovia Rettica, glaube ich, ähm, sieht sehr, sehr hübsch aus. Das Modell sieht wirklich gut aus. Das Modell, beziehungsweise der Zug war ja schon im Train Simulator sehr, sehr gut von Rivet Games. Und ich hab die Hoffnung, dass er auch im TSW sehr gut wird. Scheint auf jeden Fall bisher sehr schön auszusehen. Und was auch sehr cool ist, ähm, wir haben vollautomatische Ansagen. Und zwar in drei verschiedenen Sprachen, die da auftauchen. Also es gibt zwar einerseits das, was wir aus Annabelle, Glasgow kennen, wo man halt eben selbst was bedienen kann. Aber es gibt auch eben automatische Ansagen, vermutlich auf Deutsch. Ich denke auf Italienisch vielleicht. Und auf Retoromanisch oder auf Französisch oder auf Englisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke, Deutsch wird auf jeden Fall mit dabei sein. Bei den anderen beiden Sprachen bin ich mir gar nicht so sicher. Es könnte wirklich Italienisch, Englisch, Retoromanisch oder Französisch sein. Also zwei davon werden es dann wohl auf jeden Fall sein. Ja, also für Trains in World 4 und es dauert auch definitiv nicht mehr lange, bis die Strecke veröffentlicht wird. Die sieht schon sehr, sehr gut aus. Dann nochmal ein kleines Update zum Maintalbahn mit einem Interview, wo Lukas Klimtschick ein bisschen spricht. Übrigens Preis der Maintalbahn wird 29,99 Euro sein. Wir sehen hier die 642 der Westfrankenbahn, die sich hier auf diesem eingleisigen Abschnitt auf der Brücke befindet, in Doppeltraktion, in diesem abendlichen oder morgendlichen Licht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und da muss ich sagen, sieht schon ganz hübsch aus, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Lichttextton hier. Aber insgesamt scheint das Modell sehr, sehr viel herzumachen, meines Erachtens. Hier in Sulzbacher Main, die Westfrankenbahn stehend, sieht sehr, sehr hübsch aus. Auch die Gestaltung drumherum, die Gebäude, das sieht schon gut aus. Ja, was hat Lukas dazu gesagt? Lukas Klimtschick sagt dazu, dass die halt wieder einen Dieseltriebwagen in den TSW bringen wollten. Das Problem ist, dass die meisten Stichstrecken bzw. Branchlines, also die Nicht-Hauptstrecken, die Nebenbahnen in der Regel nur so einen Zug pro Stunde haben. Und das wäre halt ein bisschen langweilig gewesen. Aber die Main-Talbahn hat tatsächlich ein bisschen mehr zu offerieren. Auch ein bisschen Güterverkehr, leichter Güterverkehr ist auch mit dabei, mit der 363, die mitgeliefert wird. Und was ich nicht ganz, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass es einen Mastery Award gibt. Und zwar, wie ein Schiff von einer Werft praktisch ins Wasser gelassen wird. Also das, ich glaube, man nennt das Aufstapeln oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas mit Stapeln. Und das ist wohl hier in Erlenbach. Dabei hat Lukas anscheinend selbst dort gesehen. Oder hat er in Erlenbach zumindest gesehen. Und anscheinend kann man da auf einer Brücke sitzen und sich das Ganze angucken. Also es gibt bald mehr Details von der Main-Talbahn. Also wirklich, ich persönlich freue mich sehr auf den Triebzug. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu schreiben in die Kommentare. Auch gerne zu der Strecke von Rivet Games. Apropos Rivet Games. Es gibt noch mehr zu erzählen. Und zwar hat Rivet Games Gameplay-Packs noch in Arbeit. Und zwar einerseits für die Arosa-Bahn, wo man eben die, beziehungsweise die GE442 in zwei neuen Lackierungen bekommt. Ob ein Update der Log an sich mit dabei ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es schon, aber keine Ahnung, steht jetzt hier nicht. Sehr interessant auf jeden Fall. Und dazu auch interessant, die RHB-FAC-Wagen werden mit dazu geliefert. Hier mal eine schematische Zeichnung davon, von der RHB selbst. Das ist hier so ein Wagen, der hier mitgeliefert wird. Wir sehen es hier. 22 Kubikmeter Ladevolumen und so weiter und so fort. 33 Tonnen maximales Ladegewicht. Also auf jeden Fall ganz interessant. Vierachsiger Wagen mit einer Umschlagtechnik. Wir gehen mal wieder rein in den Artikel. Und sehen hier auch den Wagen in Action. Wir sehen hier, wie praktisch Gleisschotter anscheinend gelassen wird. Also kann man hier anscheinend sowieso Gleisschotter-Arbeiten durchführen. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch zusammen angucken. Dann Engineering Express. Das ist ein Gameplay-Pack, das für Edinburgh-Glasgow kommen wird. Also die andere Rivet-Games-Strecke mit der Class 66 in zwei verschiedenen Lackierungen. Einmal in dieser One-Lackierung und einmal in Direct Rail Services Blue. Haben wir jetzt keinen Screenshot von. Das wird da kommen. Und dann gibt es da entsprechend, glaube ich, dann auch ein paar, hier fünf zusätzliche Szenarien, die da kommen werden. Das gibt es also auch. Und es gibt einen neuen Emergency-Adapter-Coupler for the Class 66. Also to drag the Class 385. Also es gibt da so eine Art zusätzliche Kuppelinstanz, die dann bei der Class 66 aufgesetzt wird. Und damit kann man dann auch so einen Triebwagen wie die 385 durch die Gegend fahren. Interessant auf jeden Fall. Preis dieser, also die Gameplay-Packs werden beide am 21. November kommen. Also auch schon sehr bald, noch in diesem Monat. Das Arosa-Pack gucken wir uns auf jeden Fall an. Preis davon wird bei 11,99 liegen pro Pack. Dann, es gibt eine neue Third-Party, SimTrack Studios. Ein Studio, das so bisher noch nicht existiert hat. Die Leute haben sich so aus der Community zusammengefunden. Also wenn man die googelt, da findet man jetzt erstmal nichts. Und die werden erstmal jetzt ein britisches DLC veröffentlichen. Nämlich die Class 323 in Regional Railways Livery. Also in diesem wunderschönen Grün hier. Also gut, ob es wunderschön ist, sei es mal dahingestellt. Aber das wird auf jeden Fall erstmal als neues DLC dann kommen. Und die Pläne sind auf jeden Fall groß. Das ist übrigens dieser bisher unbekannte Partner auf der Roadmap gewesen. Und hier steht, we are not done introducing color. And this time it will be a splash of BR green. Also da wird auf jeden Fall mehr kommen. Und da ist jetzt auch interessant die Frage, die gestellt wurde, ob SimTrack Studios nur auf UK fokussieren wird. Oder auch was außerhalb dessen kommt. Und da die Antwort ist interessant, dass Also wir wollen möglichst viele verschiedene Sachen haben. Und dass das nicht nur limitiert ist auf ein einziges Land. Denn das Team besteht selbst geografisch gesehen aus Leuten, die anscheinend aus verschiedenen Ländern kommen. Also nicht nur aus UK. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Interessen. Und we plan on making use of these interests to bring a variety of content. Heißt also, wir können uns auf jeden Fall auf mehr freuen. Und von anderen Ländern. Das könnte also durchaus Amerika sein. Halte ich für möglich. Deutschland könnte es definitiv sein. Es wird jetzt kein Land sein, das wir noch nicht im TSW haben. Außer die bauen wirklich eine Strecke. Aber wir haben ja nur, die können ja nur Fahrzeuge liefern für Länder, die wir haben. Es könnte also Deutschland, Frankreich, Österreich, Ähm, nicht Italien, Ähm, Schweiz. Und, ähm, Ja. Genau, das könnte es halt sein. Und es gibt noch einen kryptischen Teaser, der da ist. I think it's safe to say, the interview has peaked here. It's time for us to put the kettle on. Ich persönlich verstehe nicht genau, was damit gemeint sein soll. Na, the kettle, also der, der Wasserkocher, ähm, könnte auf irgendwas Britisches hindeuten, als nächstes DLC, sehen, ne, weil Großbritannien ja gemeinhin mit Teetrinken verbunden wird und der Kettle eben darauf hinweisen könnte. Es kann aber auch sein, dass eben Kettle, ne, äh, mit etwas ganz Bestimmtem in Großbritannien assoziiert wird, ne, also so wie wir den Talent 2 als Hamster bezeichnen oder als Hamsterbacke. Ähm, das würde ja keiner verstehen, der, der das nicht von vornherein weiß, der das nicht gelernt hat. Und es kann sein, dass Kettle irgendwie so eine Art, ähm, gelernter Name ist für irgendein bestimmtes Fahrzeug, das mir jetzt aber nicht bekannt ist. Auf jeden Fall können wir uns da freuen. Es gibt also eine weitere Third-Party, es gibt also mehr Content, der uns da erwartet. Dann zu den Patches und Updates, ähm, es gibt da bestimmte Konsolen-Updates für die Xbox, das werde ich mal überspringen. Dann, ähm, ein Patch am 31. Oktober, den gab es, äh, da waren Playstation-Player, die hatten dann ganz, äh, die hatten dann auf einmal irgendwelche Abstürze. Das Update wurde jetzt zurückgenommen und es wird sich hierfür offiziell entschuldigt. Ähm, und, äh, ja, hoffen mal, dass es besser wird. Genauso, ähm, was Mods anging. Auch das Update wurde ja wieder zurückgenommen zum Thema Mods, weil da auf einmal gar nichts mehr funktioniert hat. Aber es wurde gesagt, ähm, dass, ähm, we will be revisiting this improvement in future. Das heißt also, ähm, dieses Update soll noch irgendwann kommen, das Pack-Files funktionieren. Was also konkret bedeuten würde, dass Mods, die für TSW 3 geklappt haben, auch für TSW 4 klappen würden. Also sowas wie ICR1 Enhancement Pack und solche Sachen. Und hoffen wir einfach mal, dass, ähm, da die TG da bald, äh, ganz, ganz bald da mal kommt mit dem entsprechenden Update. Das wäre schon sehr, sehr cool. Dann hier noch ein paar Recent Patches, die noch erwähnt werden, was da noch zuletzt dazukommen ist. Und das ist wieder interessant. Dann Future Patches, ähm, was nämlich noch kommen wird, ähm, und zwar für den ÖBB 4024 wird noch die Instrumenten, ähm, Sichtbarkeit verbessert. Und für die Baureich 182 einmal der Sifa-Warnton soll, glaube ich, etwas, oder beziehungsweise das Warnlicht soll besser verbessert werden. Ähm, soll verbessert werden und aber auch die Audio soll verbessert werden. Wir haben ja gerade erst ein Audio-Update bekommen, äh, das in einigen Teilen okay ist, in anderen Teilen ist es halt leider sehr, sehr schlecht. Ähm, und hoffen wir mal, dass es da besser wird. Und, äh, der Foto-Mode wird noch verbessert. Das ist ja sowieso eine meiner Lieblingsfunktionen im TSW 4 und der wird noch mehr verbessert. Äh, das klingt auch sehr, sehr gut. Ja, Winter-Core-Update wird kommen. Ähm, im Winter, wann genau, ähm, der kommen wird, wissen wir noch nicht ganz, aber hier steht, but we hope to bring you good news between now and December's Roadmap Progress. Ähm, also schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwie, ähm, bei der nächsten Roadmap dann klar ist, wann genau das Update kommt oder vielleicht sogar bis dahin gekommen ist. Äh, da wird nämlich ein Formation-Designer kommen, dass wir uns Züge ganz individuell selbst zusammenstellen können, sagen können, jo, ich möchte eine 101 haben, dahinter eine, äh, 363, dahinter 17 Güterwagen und 33 Intercity-Wagen und, äh, dann möchte ich damit auf Köln-Aachen durch die Gegend brausen. Das kann man dann machen, wenn man lustig ist. Das, äh, die Suspension-Improvements, also im Grunde genommen das Wackeln der Kamera, äh, das nicht nur simuliert ist, sondern basiert ist auf, ähm, tatsächlich, äh, das Wackeln, das auch in Realität wahrgenommen werden würde. Es ist schon in der Class 142 von Just Trains auch mit dabei, dieses, diese Verbesserung. Und, ähm, was gesagt ist, ist, äh, gesagt wird, ist, dass nicht nur alle neuen Logs diese Verbesserung bekommen sollen, sondern alle Logs, die mit der TSV-4 Standard-Edition dazugekommen sind und die Maintal-Bahn 642. Das heißt also, auch der Vectron soll dieses Update noch bekommen und, ähm, die WBB 4024 soll ebenfalls das Update bekommen. Dann wird das HUD, das Mini HUD noch verbessert, ne, also wir sehen dann hier, äh, wird da noch eine Kilometrierung mit angezeigt, was ich deutlich besser finde, denn allein nur anhand dieses Balkens ist es halt einfach ultra schwer, das herauszufinden. Ähm, hier Geschwindigkeit wird einem angezeigt und auch, ob man gerade beschleunigt oder bremst. Wenn man bremst, wird das vermutlich dann gelb werden. Also solche Sachen werden mit reingebracht. Und, ähm, der Streckenmonitor wird ebenfalls verbessert. Äh, und zwar, wenn man zwischen 0 und 80 kmh fährt, kann man eine Distanz von 1,5 Kilometern überbrücken. Wenn man schneller als 80 kmh fährt, dann hat man eine, hat man eine weitere Distanz, die man überblicken kann. Ähm, und wir haben hier diese blaue Markierung, das sind Bahnsteige, die dann jetzt auch hier, ähm, hineinkommen. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das verbessert wird, da freue ich mich sehr drauf. Das kommt dann im Winter. Und, ähm, Progress on Improvements, wie läuft es mit dem neuen Köln-Aachen, äh, Fahrplan? Das hier, meine Leute, ist ein hammermäßiges Screenshot. Denn das ist nicht einfach im Sinne von, wir haben die Fahrzeuge einfach aufgestellt für den Screenshot, sondern das ist halt wirklich aus dem Fahrplan heraus. So sieht das dann aus, wenn wir auf Köln-Aachen rumfahren. Mit Regionalexpressen, mit Regionalbahnen, mit ICEs, Baureihe 403, Baureihe 406, Baureihe 401, Baureihe 422, 423, Talent 1, Talent, äh, Talent 2, Entschuldigung, ähm, und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich, wirklich gute Verbesserungen, die da kommen sollen. Wir sehen hier, Intercities werden auch, äh, auftauchen. Ähm, hier sehen wir Dostos, RE1, RB33 nach Essen, ähm, herrlich. Hier sehen wir einen Screenshot von Köln. Wir haben, äh, überarbeitete Güterfahrplanfahrten. Und zwar diesmal auch sehr, sehr realistisch anscheinend. Da wurde entsprechendes Material gefunden mit richtigen Güterfahrplänen. Und sogar ein bisschen Shunting, also wir haben hier sogar ein bisschen, ähm, Rangieren, und zwar in Köln-Ehrenfeld. Ähm, werden wir definitiv nicht zusammen machen, weil ich nicht rangieren kann. Ähm, und ja, hier, der Screenshot nochmal aus Köln-Hauptbahnhof, das sieht doch unglaublich schön aus, oder? Also, Wahnsinn, Wahnsinn, IC1, da hinten eine S-Bahn, hier ein ICE, da ein RE, da noch ein RE. Also es sieht schon, Leute, die in Köln waren, die schon mal in Köln-Hauptbahnhof waren, die wissen ganz genau, so sieht das halt auch in echt aus, dass wirklich ein konsequentes Kommen und Gehen von Zügen da ist. Und genau das wird jetzt auch nämlich auftauchen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, dann haben wir noch, hier zur Performance von New York Trenton wird was gesagt, zum Mitteln Mainline, gewisse Verbesserungen, das werden wir jetzt überspringen. TSW 3 soll noch Updates bekommen, äh, die geplant waren. Und Community Corner, äh, hier wird einerseits auf das, ähm, TSW Public Editor Documentation Spreadsheet hingewiesen. Gucken wir uns hier mal zusammen an. Das, meine Lieben, habe ich tatsächlich erstellt, ähm, worauf hingewiesen wird. Da ist auf jeden Fall mega cool, dass da, ähm, der Hinweis kommt. Ähm, und auch auf meinem YouTube-Kanal finde ich auch sehr, sehr nett von den guten Herren von DTG und auch von den Damen von DTG. Ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, the current PC Editor is still an early look at what we have in mind and we are grateful for all the feedback. Ähm, also, naja, das ganze Feedback, das kommt und aktuell wird auf Folgendes fokussiert, the ability to package files for distribution, also dass das endlich kommt. Landscape Material Usage und Rediscovery of Files when reloading an Editor, naja, dass manchmal einfach irgendwelche Dateien verschwinden. Ähm, hier gibt es noch, äh, zusätzliche Tutorials, die hier angebracht werden, so ein LiDAR-Tutorial, ähm, wie das zum Beispiel funktioniert, Terran Creation, ähm, also wirklich supergute Tutorials. Dann wird schon noch hingewiesen auf den neuen Fahrplan von Dresden-Rieser. Dazu habe ich noch schon ein Video gemacht, das letzte, das hier gekommen ist. Und die Lok vom guten Foley, die französische Lok. Hammermäßig sieht das Ganze aus. Ähm, hier noch ein paar Photo-Mode-Screenshots, die hier gezeigt werden. Wirklich auch hier sehr, sehr schön mit Feuerwerk. Also, herrlich. Bisschen Gewitter. Keine deutschen Logs dabei, okay. Ähm, TC4 Soundtrack. As mentioned in our Scotsman Vectron OutNow-Article, everyone can now listen to all nine tracks of the official Transimulat Forge Soundtrack by heading over to their favorite music platform, including Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon und plenty more. Heißt also, der Soundtrack ist jetzt auch veröffentlicht, könnt ihr euch gerne anhören. Und das war es heute Abend, der, äh, das Roadmap-Video, das dann entsprechend noch kommen wird auf YouTube mit Matt und Alex. Und, ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Das war jetzt ein recht langes, äh, Update von der Roadmap. Äh, fast 25 Minuten, die ich hier gequatscht habe. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, worauf freut ihr euch am meisten? Äh, was sind eure Gedanken zu dieser Roadmap? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Diskussionen mit euch und eure Meinung. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.